Wayne und ich haben gerade die Idee ein Vlog-Video zu beginnen, also würden wir einfach mal sagen let's go oder was? Ich laufe jeden Tag nach Feierabend her, da sehen wir mal den Sandhaufen hier oder was? Und das Dach daneben, ja, da hört sich dann einen riesen Spaß an, wie man sagt. Feiner. Wir haben ein Penzer gebunden. Oh mein Gott, das ist auch fest. Mal gucken, oder? Ja, da war einen da. Sofort. Moin. Moin. Argen. O, w, 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 w. W, 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 w. Okay, ich bin absoluter Dully. Habet nicht hingekriegt, Dwayne vernünftig zu filmen. Was heißt da, Dwayne? Wir müssen noch eine Runde drehen. Noch eine Runde, doppelt hält, besser wird gar nicht. Jawoll! Ja Junge! Schlamm auf ihr live oder was? Zwei Versuche! Two Tricks oder was? Das Video ist so weit von einem Mann jetzt, der wird absolut durchgezogen, das Rob Video. Was? Was? Nein! Nein, Junge! Warum liegt ihr auf einmal so ein Scheißviechchen weg? Und die Scheiß nochmal machen? Ja! 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 Ja Ja! Dann bereiten wir uns mal auf das Finale meinerseits vor. Eine dritte Schicht Socken, dann geht das rein in Essen 22 oder was. Der einzige Trap, den ich irgendwie machen kann hier, fast genauso hoch. Sieben Stufen, also mal drei. Aber das ist ja nix, bisschen schwul hier den macht. Und da wo die Mülltüte bzw. das Trinkbäckchen liegt, das sind dann die 22 Fuß. Da kommt auch auf die Rolle. Dann gibt es da keinen rumrum, du bist fast beim Trinkbäckchen schon gelandet. Echt jetzt? Ja, also fünf Fuß vorher. Ich muss sagen, bin ein bisschen nervös, aber ziemlich sicher, dass ich es eigentlich schaffe. Aber hier die Umstände sind ein bisschen blöd, überall Leute und vor allem muss ich hier eine Kurve laufen. Ich kann nicht gerade drauf loslaufen. Ja, belastend. Um drei Meter ist schon halb Profi über die Seite. Was ist das? Das ist schon Profi, Richtung Profi, ne? Kein normaler Mensch springt aus der Notfall oder durchs Brust Willis. Da denkst du ja eh vielleicht mal. Ja, bisschen schwulen, das sehen wir. Kom. Leck mich, Junge! Ja! 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 Leck mir die Hoden, Alter! Bester Mann! Digger! Bester Mann! Ja! Essen 22 oder was? Haken dran! Drop Video! Vorbei oder was? Wir sind raus mit der Scheiße. Wir sind raus. Wir sind raus. Successful oder was? Was ist denn hier los? Bist du noch geklappt oder was? Ja! Gott, ey. Stumm verwirrt. Nicht mehr Freunde. Boah, ey. Das war warm. Drop schon wieder, ey. Was ist der Plan und wo befinden wir uns? Wir befinden uns mitten in der Innenstadt. Auf einer Baustelle, wo die Arbeiter bis vor einer halben Stunde noch da waren. Kleine Gap hält scheiße, wenn man nicht da landet, sondern irgendwie da. Weißt du, was das hier für ein Ding ist? Da musst du die klassische Melodie vor dich her so. You're gonna be dumb, you're gonna be tough. Sandhaufen weich, geht nach unten. Das heißt, ein Rückenklatscher ist zwar vorprogrammiert, aber gar nicht so schlimm. Naja, das stimmt wohl. Also, mach mal einen One-Shot, oder? Ich geh jetzt zurück und dann zimmer's rein. You're gonna be dumb, you're gonna be tough. Film, ne? Ist immer ein One-Shot. When you get knocked down, you gotta get back up. Aua, Junge. Aua, meine Fresse, Alter. Das ist geil, Alter. Was kommt jetzt hier? Alter, Junge. Das Ding war trotzdem geil. Das geht nicht um... Ich glaub, die Arbeiten hier, ne? Die Arbeiten an der Baustelle, ne? Ja. Dann kontrolliert er fast. Ja, sieht man doch, dass wir Bauarbeiter sind, oder nicht? Bauarbeiter. Ja, klar. Danke, Jungs. Ciao und rein. Also, das nenne ich mal ein One-Shot für einen Boost. Komm, den machen wir noch geiler. Ich komm auch noch einmal mit dem Backflip. Fängst du? Ja, ich hoffe auch. Ja, ich hoffe auch. Und damit ist der One-Shot beendet. Musik Gute laune vorprogrammiert wir befinden uns am ikonischen Brückenspot für Fallschirmsprung ohne Fallschirmsprung Part 2 Wenn du die Scheiße überhaupt spotten könntest Oh ist gar nicht scharf aber ja scharf wird der Zuschauer schon bei dem Sprung gleich 7 bis 8 Meter oder was Junge guck dir das an das ist ja herrlich ist das Von da hat Kong Ronan da Intensives Warm-up für die Geschichte jetzt ein bisschen kurz links rechts stehen fertig Und auf geht die Post Man beachte bitte auch den Becher den Dwellen sich hier hingestellt hat als Landemarkierung Joa ist weich Ja warte wir haben doch noch mal ein bisschen mehr auf Alter Wat? Ich mach nur noch mal ein paar Kniebeugen Ok ein paar Kniebeugen müssen tun 2 1 Aua Aua Ich hätte mich aufwärmen sollen Aua Was sagste? Ich hätte mich aufwärmen sollen Wenn ein Gott sagen will man sollte aufhören Einfach Laub draufschmeißen Ja Ja Damit schüss Sieh uns bei der Kong Pois ist geil Ja Komm junger Ja 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 Yes! Sieht man ihn? Elin? So Freunde, nach so einer Landung auch sagen wir immer 7 Meter 7,45 Meter waren wir da fühlt man sie einfach lebendig da fühlst du dich so lebendig dass du dich am liebsten begraben lassen würdest Sauber Junge Geil Groß Ende oben ne? Moin! So, bin jetzt zum dritten Mal an meiner Lieblingsbrücke hier oben und werde mich zum dritten Mal da runter schmeißen nur diesmal ein bisschen anders angenehmer wird es nicht aber ein bisschen Schwund ist immer Wie man sieht ist hat auch hier eine neue Jahreszeit angebrochen ja der Boden ist nochmal schön ein bisschen härter da da ist Wahnsinn mittlerweile hier Bisschen Vorbereitung muss immer sein Nix warm machen Landung weicher machen Nimm wieder einen Becher Markierung gefunden Boah Transition, geh weiter hier ist eine gute Transition Okay doch nicht so geil doch richtig geil Okay Komm Digga Bereit? Ja komm Digga Digga Junge Alter war da ne Erd Geil Junge war da geil Also ja Wir sind auf ner Trinkwasser Gewinnungsanlage und wir machen es kurz und ist das geilste Spot der Welt Absprung, Sandhaufen überall Plan ist der Layout Das hat abgefuckt Alter So hoch Ja Aber lieber can fly Junge da kannst du nur dabbeln Alter Lachs Du müsstest halt absolut da so ne Du müsstest hier so rein gehen Ich bin da Ja jetzt müsstest du hier so Jan der Spaßvogel geht jetzt nochmal da hoch da kraxelt der irgendwo rum Ja muss nochmal gepreppt werden Verständlich Jetzt wirds ernst Sehr ernst Ich lutsch dir den Sack Komm Junge Komm das ist ein Traum Oh fuck Alter ich seh den die ganze Zeit halt viel zu niedrig gerade Hast du eigentlich Sand in die Fresse bekommen? Ja doch Drei Zwei Eins Komm Junge Drei Zwei Eins Komm Junge Junge Wuuuuh Bist du mein Fehler? Puh Ja ich zitter jetzt auch so ein bisschen muss ich sagen Alter der Absprung war so widerlich weil ich hatte meinen Fuß auf dieser Das war ja ist ja so Hier ist diese Kante ich hatte meinen Fuß so Und dann beim als du bei eins war es Also ich stand so als du bei eins war es habe ich den nach hier gemacht Und bin nur mit den Zehenspitzen da drauf gewesen Alter Junge Mit der Nummer hast du dir absolut die Erlaubnis geholt Meine Kinder auch nicht zwingen dann zu regnen Und ich glaube ich bin ein bisschen glücklich Los geht's Los geht's Ja 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 Und Ja 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 Junge, ich hab das Film glaub ich so hart von Faschissen. Junge, da kann ich keine Ernst sein. Ich glaub schon. Junge. Den hab ich auch gut gefilmt. Joa, 10 Minuten nachdem ich dann das zweite Mal den Double Sider runtergeschmissen hab, hat Etienne folgendes Video in die Gruppe geschickt. Was der vor hat, ey. Man kann leider nicht sehen, ob da unten irgendwas liegt. Was tut der da? Mach keinen Mist, Junge. Mach mal Fenster auch nicht, dass wir den gleich schreien hören. Lol, der ist einfach weg. Ja, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der hin? Also ich hab keine Schreie. Ich seh den nicht. Ach doch da, der lebt, der lebt, der lebt, der lebt. Oh mein Gott, Alter, wo ist der reingesprungen, in ne Matta oder was? Nein, der ist einfach da runtergesprungen. Ja, aber auf den Asphalt oder was? Ja. Quatsch. Natürlich, man kennst du nicht diese Typen, die sowas machen. Ja, aber doch nicht aus sehrer Höhe. Da unten muss doch irgendwas liegen, wo der drin landet. Der kann doch nicht einfach auf den Asphalt springen. Doch, wenn du das so ausdämpfst. Ja, als Dwayne und ich dieses Video in der Gruppe gesehen haben, waren wir natürlich völlig verblüfft und dachten uns, Alter, wo zum Henker kommt dieses Video jetzt her? Woher hat Etienne dieses Video? Und Etienne hat eine Freundin, die in dem Hotel, was da in der Gegend ist, arbeitet. Zwei Mitarbeiterinnen dieser Freundin haben das gesehen und, wie ihr gesehen habt, abgefilmt. Und diese beiden Mitarbeiter haben dann in ihre interne Arbeitsgruppe dieses Video geschickt. Die Freundin von Etienne hat das dann an ihn geschickt und meinte, ey, du machst doch auch sowas, guck mal hier, was meine Mitarbeiter gerade gesehen haben. Kennst du den zufällig? Etienne? Ja, das sind meine besten Freunde zufällig. Und so wussten die Schlappen direkt, dass ich endlich den Double Sight durchgezogen habe und, ähm, ja, dadurch haben wir dieses unfassbar geile Video gekriegt. In diesem Sinne, Shoutout und Danke an die, äh, zwei Personen, die da so enthusiastisch mitgefiebert haben. Ich würde den aber von der Seite filmen, oder? Ja, das ist nur noch einmal den One-Up-Brett. So. Kleine Stride, kleiner Drop auf der rechten Seite, aber hat da noch nie jemandem geschadet. Etienne ist fest davon überzeugt, dass das nicht möglich ist. Lächerlich. Und Willi ist auch auf dem Weg. Also ja, aber der ist auch noch besoffen. Oh, absolut geiler Jump. Aber auch scary, Alter. Hast du mehr Schiss vor Anlauf oder vor dem Jump? Also ich hab vor dem Anlauf schon mehr Schiss als vor dem Jump. Ja, geil. Das hat geil, Alter. Nein. Ich hab dir irgendwas für ein Geschenk gekriegt. Komm, Digga. Komm, Digga. Komm! Komm! Yes! 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 Ja! Ja! Ja, Junge! Ja! 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 Jennifer! Vanj! Ja! 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 Ich meine, wenn das nicht mal ein Porno von vorne flipp ist, dann weiß ich auch nicht. Das wäre der höchste Mal in meinem Leben. Ich habe eine leicht geprägte Hacke. Bestes Voraussetzungen, let's go. Die haben sich gefreut. Bisschen Spaß ist immer. Drei, zwei, eins, go! Das war 10 Mal weicher als der normale Jump, Ola. Das war 10 Mal weicher als der normale Jump, Ola. Ja, Moin. Also Dwayne und ich haben wir letztens auf Zeche ein bisschen exploriert und haben gesehen, dass hier ein fantastischer Frontflip ist. Das Fantastische an dem Frontflip ist, dass er 22 meiner Füße misst. Bisschen Schwund ist immer, deswegen haben wir ein bisschen Sand auf die Holzkante gelegt. Aber selbst wenn ich bis dahin kommen würde, dann wäre das schon eigentlich ganz cool. Und übrigens oben alles voller Staub. Kommen wir nochmal mit, dann muss man ja auch noch über die Gap da. Das wäre schön, wenn ich die Gap gestrided kriegen würde, aber... Auch ein verdammt rutschiger Anlauf habe ich aber auch. Und jetzt wollen wir mal rein in den Holger. Machen wir mal Ende, weil ich habe nicht mehr so viel Speicher. Ja, Sigi! Ja, danke! Ist das jetzt nochmal nochmal drehen? Ja, das war jetzt erstmal genug, glaube ich. Junge, der war richtig geil. Aber auch nur richtig close. Ich habe die gefühlt, aber hinter. Hinter ist hinter. Let's go, Alter! Ja! Es ist nützlich und wertvoll. Wir schauen uns an der Sonne. Es ist nützlich und furchtig. Aber es ist auch sehr Spaß. Jetzt würde meine Reigen auch mehr so geil gewesen. Ja, wirklich. Junge, das Ganze haben wir wirklich...